Moin Leute, also heute mal eine schlechte Nachricht. Ihr seht ja die Karte, wir sind ziemlich weit gekommen, aber jetzt ist einfach Ende. Das Spiel macht hier nicht mehr so mit, wie es soll. Ich habe ja schon länger größere Probleme mit der Wirtschaft. Aber jetzt sind nur noch zwei Sektoren. Ja, mehr sind es ja eigentlich gar nicht mehr, aber die werde ich so schnell nicht bekommen. Ich habe jetzt Stunden gewartet und auch viel Sinsa betrieben. Hier passiert gar nichts mehr. Können wir mal kurz gucken. Nicht meine. So, diese Verteidigungsstation hier. Diese. Die war schon in den letzten Folgen, genau da wo sie jetzt auch ist. 98% bei diesem Verteidigungsmodul, das bedeutet, ich kann diese Station nicht zerstören. Das ist unmöglich. Also ist es mir auch unmöglich, diesen Sektor einzunehmen. Ja, und genau so sieht das hier oben aus. Ich habe hier nochmal alles zerlegt, was man zerlegen kann und dann ganz viel Sinsa benutzt und ja, die ganzen Xenon-Frachter, Bergbauschiffe und was es so alles gibt, die hier eigentlich liefern sollten, machen nichts. Ja, und ich habe keine Lust mehr. Ich bin ehrlich, ich habe keine Lust, meine Lebenszeit darauf zu verschwenden, hier eine Woche lang mit Sinsa zu versuchen, hier, dass die Xenon die Stationen wieder irgendwie aufbauen, damit ich sie zerstören kann, damit ich den Sektor kriege. Das ist Quatsch. Mach ich nicht. Nee, ähm, ich habe mich entschieden, das hier abzubrechen. Das wäre eh die letzte Folge gewesen, wenn es alles funktioniert hätte. Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber gut, das Spiel ist halt bei mir hier völlig kaputt. Die ganze Wirtschaft, äh, liegt, naja, nicht komplett brach, aber hier passiert ja wirklich gar nichts mehr. Ja, hier nebenan, das sind drei Sektoren, ja, da gibt es einfach keine Smartchips, äh, und hier oben, ich habe 150.000 Smartchips auf Lager, schon seit ewigen Zeiten. Es wird nicht mal ein Smartchip darüber gekarrt, nicht ein einziger. Die Schiff, dass die Schiffswerften nicht nachgebaut werden, äh, bei den Fraktionen kommt natürlich erschwerend hinzu, so können die keine großen Frachter bauen, so können die dies nicht machen, das nicht machen. Hier ist irgendwie, seitdem, ist irgendwie alles kaputt. Ich habe das Gefühl, dass da sehr viel in den Skripten, äh, zerschossen wurde, dadurch, was natürlich nicht passieren darf. Aber, so ist es nun mal. Die Handelsstationen sind auch weg, dadurch, äh, ist die Nachfrage an Nanotronik auch, äh, im Keller. Also hier kann man eigentlich, ja, was will man hier noch machen? Also, wenn man weiß, dass man einen defekten Spielstand hat, wo die Skripte sich zerlegt haben, bringt halt alles nichts mehr, ja. Da müssen wir Egosoft noch ein bisschen Zeit geben, dass die, ja, das Spiel Vordermann bringen, die großen Fehler weiter beheben. Es wird sicherlich noch den ein oder anderen Patch brauchen, oder 10, oder 20. Die haben ja doch ganz schön große Probleme. Aber, es wird ja dran gearbeitet, und, äh, ich werde sicherlich später auch mal wieder reinschauen, wie es sich dann entwickelt hat. Aber dann natürlich mit einem neuen Spielstand, was ja generell immer zu empfehlen ist, nach einer neuen Version, wenn ein Patch kam, neues Spiel starten. Ja, das kann man ja nun hier nicht ständig machen. Ja, wir hatten da Lust drauf. Deswegen, mal gucken, vielleicht 2.5, mal schauen, was sich da tut. Ansonsten, wahrscheinlich 3.0, 3.5, wenn Split-DLC kommt, werde ich sicherlich mal wieder reinschauen, je nachdem, was da gerade ansteht. Wenn wir gerade im Anufieber sind, ist das natürlich schwierig, ja, dann wird das wahrscheinlich nichts. So, ich habe mir jetzt schon, ähm, ein neues kleines Projekt ausgedacht. Hab da sicherlich schon gesehen, ich habe ja gestern schon ein, ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen Guide-Video, äh, zu Cheats, ähm, verfasst, für Factory Town. Und, das hat mich doch ein bisschen angefixt, das Spiel. Dieses Spielprinzip war mir bisher unbekannt. Ich habe, ähm, ja, solche Spiele bisher noch nicht gespielt. Find's interessant, und man muss auch herrschen, seinen Kopf anstrengen haben. Find ich ganz gut. Ob ich da natürlich jeden Tag, äh, nach der Arbeit dann noch Lust zu habe, ja, oder mich einfach lieber auf die Couch lege und, äh, mal eine Serie schaue, werde ich sehen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall ist hier in X4 jetzt erstmal Feierabend. Ich hatte ja mal gefragt, was ihr so für Ideen habt, und da kamen auch ein paar interessante Sachen. Äh, äh, zum Beispiel auch die Völkerschlacht-Mod, äh, von Iwoki. Die ist ja aktuell, das ist ja aktuell die größte Mod, die es gibt, für X4. Aber Iwoki hat auch das Problem, dass er halt mit jedem Patch immer wieder so viel anpassen muss. Jetzt wird hier noch so viel gebalanced, weil es halt noch Beta ist. Alpha will ich nicht sagen, weil das ist Quatsch. Aber in einem Beta ist es schon, und das macht ihm natürlich dann Probleme und, ähm, ja, zerlegt ihm die ganze Balance. Weil er hat ja nur wirklich sehr viel daran geändert, an dem Spiel. Ja, deswegen, ähm, habe ich mir die auch noch nicht angeguckt. Weil es einfach zu früh ist für so große, für so große Mods. Ja, das, äh, wäre es dann eigentlich. Viel ist hier auch nicht mehr zu sagen. Ihr wart ja dabei auf meinem Weg, äh, bis heute. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich, ähm, ja, ich hab mich auch gefreut. Hatte Spaß, aber hatte natürlich auch viel Frust. Ja, ihr kennt's ja, ähm, ich kann, ihr wisst ja Bescheid, ich kann ja wegen dieser Vulkan-API hier nicht wirklich mitkämpfen. Ähm, spielt mir immer alles ab. Und diese, ja, diese ganzen fiesen kleinen Problemchen, die es so gibt, die mir, die versauen einem einfach den Spielspaß. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, jetzt mal Ende zu machen. Der Manager zum Beispiel, ist mir vorhin aufgefallen, von meiner Schiffswerft, von meinem großen Komplex, der hat doch tatsächlich, äh, seinen untergebenen Händlern, die ich da letztens mal angestellt habe, gesagt, ey, kauf mal hier volle, ähm, Schiffsladung, was waren das, 8.000 Nahrung. 8.000 Nahrungsraktionen hat der gekauft. Und das Lager für Nahrungsrationen war zu 100% voll. Äh, w-w-wieso? Ist der Manager der Meinung, ähm, wir müssen horten, hamstern für schlechte Zeiten? Äh, dafür ist das Lager groß genug. Ja, das ist ein Fehler von vielen, 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 vielen. Die kann man gar nicht alle aufzählen. Es gibt viele, immer noch viele, richtig massive Gamebreaker, wie eben mit den Schiffswerften. Das darf auf keinen Fall passieren, dass die nicht nachgebaut werden. Ich hab's ja versucht, hier oben bei den Teladi, eine, eine, sozusagen, den Teladi zu schenken. Hat ja auch geklappt, aber... die bauen nicht. Die geben nur einen Auftrag, aber bauen nicht. Da hab ich versucht, mal den Bug irgendwie zu umschiffen, aber ach, das... das bringt alles nix. Ähm, X4 ist trotzdem ein super Spiel, hat, äh... sonst hätte ich keine 400 Stunden gespielt. Ja, ist ein super Spiel, aber es muss noch da schliffen werden, da umgebaut werden und, also... ja, Egosoft muss noch mal mit dem Werkzeugkasten ran und das alles hinbiegen. Und wenn's dann irgendwann mal läuft, wir wissen ja, dass es irgendwann passieren wird, äh, Egosoft ist ja bekannt dafür, dass sie langjährigen Support leisten für ihre Spiele und die immer weiter verbessern, dann wird da eine richtige Perle draus. Bin ich überzeugt. Ist ja jetzt schon ein schickes Teil, wenn das klappen würde, was klappen soll. Gut, Leute, da will ich auch ja nicht weiter, äh, drum rumlabern. Hier ist Ende, ähm... Es war mir ein Fest, möchte ich mal sagen, ja. Also war mir ein Fest, äh... Die tollen Kommentare, ähm... Ich grüße auch mal Starblade, ja, der mich ja hier, äh, irgendwie immer lustigerweise mobben möchte. Äh, macht Spaß mit dir, äh, sich immer gegenseitig zu dissen. Ich heule deswegen nicht rum. Lasst einfach eure Kommentare da und, äh, wenn euch das hier nicht gefällt, ja, wenn ihr denkt, ach, das sind das von Spacken, dann macht einen Daumen runter. Pff, kein Problem, ja. Guck ich eh nicht drauf. Ich, äh, ich achte auf Kommentare, ja, was die Leute wollen. Konstruktive Kritik ist immer herzlich willkommen und... Ich, äh, entwickle mich auch weiter. Wenn man so sich mein allererstes Video anschaut, wie ich mich da... Ach, ich hab da acht... Achtmal die Aufnahme gedrückt und hatte so ein Lampenfieber, äh... Ist echt irre. Ist, als wenn man auf einer Bühne steht. Weil man weiß, dass eben viele Leute das hören und sehen. Ja. Gut, ich hoffe, ihr seid bei Factory Town mit dabei. Ihr könnt natürlich immer gerne, ähm, Vorschläge machen. Bis anno 1800 ist noch Zeit. Ja, und nach 1800, äh, nach... Nach 1800, ja, haben wir es heute. Ähm, nach anno 1800 ist natürlich auch noch eine Zeit. Es geht ja weiter, ja. Also, lasst ruhig, äh, ein paar Kommentare, Ideen da. Vielleicht, äh, finden wir später auch mal eine Möglichkeit, ja, einfach mal mit Multiplayer zusammenzuspielen. Müssen wir mal schauen, wie wir das denn handeln. Ja, gibt's hier so ein paar schicke Spielchen. Ja. Ach, Mann. Jetzt werde ich ein bisschen melancholisch. Nee, ich mach aus. Alles klar, Leute. Macht's gut und dann, wir sehen uns in, äh, Factory Town. Bis denn, äh. Tschüss.